Hey! Am 24. September sind Bundestagswahlen. Cool. Wählen gehen und mitentscheiden können. Moment mal, ich werde doch erst nächstes Jahr anfangen, Januar 18. Das heißt, ich muss bis zur nächsten Bundestagswahl warten. Das ist dann in vier Jahren. Dann bin ich fast 22. Das heißt, ich werde erst mit fast 22 Jahren zum ersten Mal bei einer Bundestagswahl meine Kreuze machen dürfen. Das ist doch komplett sinnlos, oder? Warum darf ich nicht eigentlich schon mit 16 wählen? Das heißt, ich versuche, dass Sie die Kreuze machen dürfen. Das heißt, ich werde erst mit einem Dasein zusammenziehen.